Kommt der Tag, der fragt, was bleibt, was ist wirklich wichtig, fragt jenseits von alt und neu, was bleibt falsch, was richtig, dann halt ein, du zu verstehen, was dir hilft, nach vorn zu sehen. Kommt der Tag, der fragt, wie war dein bisheriges Leben, und worin lag Jahr und Jahr, Sinnen und Bestreben, dann halt ein, so zu verstehen, was dir Kraft gibt, du zu sein. Kommt der Tag, der halt und moin, ihren Lauf beenden, und nach ihrer eigenen Zeit, sich zum Leben wenden, dann halt ein und schau auf den, der dir Kraft gibt, umzugehen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!